Kapitel 3 Phaeton rasselt durch die Fahrprüfung Der Junge war verflucht, sobald ihm seine Eltern den Namen gaben. Im Ernst? Phaeton? In Altgriechisch heißt das der Strahlende. Sein Vater war der Sonnengott, also ergab das durchaus Sinn. Dennoch, jedes Kind, das nach einer völlig überteuerten Luxuskarosse benannt ist, hat schlechte Karten auf ein glückliches Leben. Seine Mom, Klümene, war eine Wassernympfe, die unter Menschen lebte. Sie hatte ein Haus am Ufer des Nils, weit unten in Ägypten. Sie muss unfassbar hübsch gewesen sein, denn Helios, der Titan der Sonne, verliebte sich in sie, und er hatte quasi die freie Auswahl in der Damenwelt. Helios verbrachte jeden Tag damit, in seinem Sonnenstreitwagen Chick-Magnet durch den Himmel zu düsen und all die heißen Chick-Hitas abzuchecken. Nach Sonnenuntergang zog er dann sein Disco-Outfit an und machte die Nachtclubs unsicher. Die Ladies konnten seinem titanisch guten Aussehen, seiner Macht und seiner Berühmtheit nicht widerstehen. Du kommst mir bekannt vor, sagten die Frauen. Bist du vom Fernsehen? Ich fahr die Sonne, erklärte Helios dann. Kennt ihr doch, diesen großen Feuerball am Himmel, oder? Ach du meine Götter, da haben wir dich gesehen! Als er dann Klümene getroffen hatte, wurde Helios sesshaft und ein Ein-Nymphen-Mann. Zumindest für eine Weile. Götter haben's nicht so mit, bis dass der Tod uns scheidet. Sie hatten sieben Töchter zusammen, wobei ich nicht weiß, ob es sieben Linge oder sie alle unterschiedlichen Alters waren, aber meine Fresse, sind das eine Menge Töchter. Niemand konnte sich ihre jeweiligen Namen merken, darum nannte man sie einfach die Heliaden, also die Töchter von Helios. Sie hatten zueinander passende, mit Paletten besetzte Blusen, wie ein Gymnastikteam und so weiter. Schließlich hatten Helios und Klümene noch einen Sohn, Phaeton. Und wenig überraschend, dadurch, dass er ein Baby und der einzige Junge war, bekam er all die Aufmerksamkeit. Sobald Phaeton alt genug war, um sich an irgendwas zu erinnern, hat es sich Helios schon aus dem Staub gemacht. Im Sinne von, also Klümene, war toll mit dir acht Kinder zu haben, viel Spaß mit ihnen. Ich gehe jetzt zurück und fahre meinen Chick-Magnet. Ciao! Götter, habe ich recht? Trotzdem liebte Phaeton es, von seiner Mom Geschichten über Helios zu hören. Klümene erzählte Phaeton immer, er sei etwas Besonderes, weil sein Vater einer der Unsterblichen war. Schau, Phaeton, sagte sie eines Morgens, als er etwa drei war. Da ist dein Vater, der Sonnengott. Sonnengott? Sonnengott, mein Liebling. Er fährt mit seinem Streitwagen durch den Himmel. Nein, schau nicht direkt hinein, du verbrennst dir die Augen. Seine Schwestern waren vielleicht eifersüchtig auf ihren kleinen Bruder, aber sie konnten nicht anders, als ihn zu mögen. Er war einfach zu niedlich, wie er durch das Haus hüpfte und rief, Bin ein Tonnengott! Bin ein Tonnengott! Er liebte es, gefährliche Sachen zu machen, wie mit Messern durch die Gegend rennen, Pennys in Steckdosen zu stecken oder mit seinem Dreirad die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten. Die sieben Heliaden machten es sich schnell zur Aufgabe, auf ihn aufzupassen. Tatsächlich nannten die Dorfbewohner sie bald die sieben Heliokopter, weil sie immer über Phaeton kreisten. Der Junge wuchs mit acht Frauen auf, die ihn verhätschelten, wodurch man schon größenwahnsinnig werden kann. Als er älter war, wurde Phaeton besessen von Streitwagenrennen. Warum? Also echt, sein Vater hatte den besten Streitwagen aller Zeiten. Leider erlaubte ihm seine Mom nicht, an Rennen teilzunehmen. Sie dozierte immer über die Gefahren von Sport. Jedes Mal, wenn er sich ein Rennen auch nur anschaute, zwang sie ihn, einen Helm aufzusetzen, denn man konnte nie wissen, wann einer der Fahrer die Kontrolle verlor und ins Publikum raste. Als er dann 16 war, hatte Phaeton wirklich die Nase voll von seiner überfürsorglichen Mutter und seinen sieben Helikopterschwestern. Er beschloss, dass er seinen eigenen Streitwagen haben wollte. Eines Tages ging er nach der Schule zur Rennstrecke. Ein hiesiger Prinz, ein Typ namens Epaphos, gab gerade mit seinem neuen Schlitten an, einem Mark V C4 mit Bronzespeichen, einer Hydraulik zum Tieferlegen und einer LED-Lichterkette um das Pferdegespann. Also die komplette Rundum-Sonderausstattung. Um ihn versammelte sich eine Menge. All die Kerle waren so, wow, und all die Mädchen waren so, du bist so toll. Keine große Sache, sagte Epaphos zu seinen Bewunderern. Seine Majestät, also mein Dad, gibt mir so ziemlich alles, was ich haben will. Vielleicht kennt ihr ja ein paar Prinzen oder ein paar Typen, die denken, sie wären Prinzen. Können ziemliche Idioten sein, nicht wahr? Innerlich brodelte Phaeton vor Eifersucht und Wut, weil er wusste, dass Epaphos' Wagen mehr kostete, als die meisten Leute in ihrem Leben verdienen würden. Und in ein paar Wochen würde dem Prinzen mit seinem neuen Spielzeug langweilig und es würde in der königlichen Garage als Staubfänger enden. Epaphos gab seinen Groupies abwechselnd die Zügel, ließ sie den Pferden Karotten geben oder die ausfahrbaren Klingen an den Rädern aufschnappen. Das ist der beste Wagen der Welt, sagte er nebenbei. Niemand hat einen besseren, aber egal. Phaeton hielt es nicht mehr aus. Er rief über die Menge, er ist Schrott! Die Menge wurde still. Wer hat das gesagt? verlangte der Prinz. Alle drehten sich um, zeigten auf Phaeton und schienen zu sagen, schön dich gekannt zu haben, Kumpel. Phaeton trat vor. Er hielt seinen Kopf hoch, obwohl er einen Schutzhelm mit Reflektoren trug. Du nennst das den besten Wagen der Welt? Das ist ein Schrotthaufen verglichen mit dem von meinem Vater! Epaphos hob eine Augenbraue. Du bist Phaeton, richtig? Der mit den sieben niedlichen Babysittern, ich meine Schwestern. Du lebst in diesem, äh, bescheidenen Häuschen am Fluss! Die Zuschauer kicherten. Phaeton sah zwar ganz gut aus und war halbwegs clever, aber er war nicht beliebt. Er hatte den Ruf, arrogant zu sein. Außerdem fand er in der Schule nicht viele Freunde, denn seine Mom ließ ihn keinen Sport treiben. Zumindest nicht ohne Helm, Schutzpolster, eine Schwimmweste, Erste-Hilfe-Sachen und eine Flasche Wasser. Phaeton hielt seinen Blick auf den Prinzen gerichtet. Epaphos, dein Dad mag der König sein, aber meiner ist Helios, der Sonnengott. Sein Streitwagen würde deinen in einen Haufen Matsch zusammenschmelzen. Er sprach mit solcher Selbstsicherheit, dass die Leute zurückwichen. Phaeton sah schon aus wie ein Halbgott. Er war groß, muskulös und mit der aufrechten Haltung eines Streitwagenfahrers. Seine bronzefarbene Haut, dunkles, gelocktes Haar und königliches Gesicht ließ es möglich erscheinen, dass er die Wahrheit sagte. Seine Wut ließ es sogar so wirken, als würden seine Augen mit innerem Feuer leuchten. Oder war das nur eine optische Täuschung? Epaphos lachte nur. Du, ein Sohn von Helios! Sag mal, wo ist dein Vater denn? Phaeton zeigte zum Himmel. Da oben natürlich. Er fährt den Sonnenwagen. Hm, und er kommt jeden Abend zu eurer Hütte am Fluss. Naja, nein, wie oft siehst du ihn denn? Ich habe ihn nie wirklich gesehen, aber woher willst du dann wissen, dass er dein Vater ist? Meine Mutter hat es gesagt! Die Menge lachte wieder. Oh, meine Götter! Sagte eins der Mädchen. So beschränkt! Sagte ein anderes. Epaphos ließ eine Hand an der sonderangefertigten Verkleidung des Wagens entlang gleiten. Deine Mutter, dieselbe Frau, die dich zwingt, diesen bescheuerten Helm überall hin aufzusetzen? Fettons Gesicht lief rot an. Mit Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen, murmelte er, doch seine Selbstsicherheit schwand. Ist dir je der Gedanke gekommen, sagte der Prinz, dass deine Mutter gelogen hat? Sie versucht, dein Leben besser erscheinen zu lassen, weil du ein unwichtiger Niemand bist. Das ist nicht wahr! Wenn dein Vater wirklich Helios ist, beweis es! Sag ihm, er soll hier runterkommen! Phaeton schaute hoch zur Sonne, was man ohne geeignete Schutzbrille nie tun sollte, und das hatte ihm Phaetons Mutter auch schon tausendmal gesagt. Er betete stumm, dass sein Vater ihm ein Zeichen gab. Na komm, höhnte Epaphos, lass die Sonne Slalom fahren, oder ein Looping. Mein Wagen kann mit sechzig Sachen auf den Hinterrädern fahren, und die Hupe spielt La Cucaracha. Bestimmt kann die Sonne mehr als das. Die Menge johlte vor Vergnügen. Bitte, Dad, betete Phaeton, hilf mir hier. Für eine Sekunde dachte Phaeton, dass die Sonne etwas heller strahlte, aber nein, nichts. Phaeton rannte vor Scham davon. So ist's recht, Strahlejunge, rief der Prinz ihm nach. Renn heim zu deiner Mami und Schwestern. Sie warten schon mit Letzchen und Babybrei auf dich. Als Phaeton heimkam, schlug er die Zimmertür zu. Er drehte die Musik viel zu laut auf und warf immer und immer wieder seine Schulbücher gegen die Wand. Okay, ich vermute hier nur, aber wenn ich schlechte Laune habe, fühlt sich nicht so gut an wie, Spaß mit Algebra in einen zerstörerischen Frisbee zu verwandeln. Phaetons sieben Schwestern versammelten sich vor der Tür und fragten, was los sei. Als er nicht antwortete, holten sie ihre Mutter. Schließlich bekam Klümene Phaeton aus seinem Zimmer. Er erzählte ihr, was mit Prinz Epaphos passiert war. Ach, Liebling, sagte Klümene, wenn du doch nur Sonnencreme auftragen würdest, wenn du zur Rennstrecke gehst. Mom, du hast nix begriffen! Entschuldige, mein Lieber, willst du ein mit Käse überbackenes Sandwich? Danach geht's dir doch immer besser. Ich will kein Käsesandwich! Ich will ein Beweis, dass Helios wirklich mein Vater ist! Klümene rang sich die Hände. Sie hatte immer befürchtet, dass dieser Tag kommen würde. Sie hatte ihr Bestes getan, um ihren Sohn zu beschützen, aber strenge Warnungen und Schutzpolster reichten nicht mehr aus. Früher oder später sucht jeden Halbgott immer der Ärger heim. Das kann ich nur bestätigen. Sie beschloss noch eine Sache zu versuchen, um ihn zu beschwichtigen. Komm mit mir, sagte sie. Sie führte Phaeton nach draußen. Mitten auf der Straße reckte Klümene ihre Arme der Nachmittagssonne entgegen, die schon hinter den Palmen unterging. Hört mich, ihr Götter, rief sie. Mein Kind Phaeton ist der Sohn von Helios, Herr über die Sonne. Mom, murmelte Phaeton. Das ist so peinlich. Wenn das, was ich sage, eine Lüge ist, schrie Klümene weiter, soll Helios mich mit seinem Feuerstrahl niederstrecken. Nichts passierte. Es wäre cool gewesen, wenn Helios auf irgendeine Weise reagiert hätte, aber Götter mögen es gar nicht, wenn man ihnen sagte, was sie tun sollten. Selbst wenn es etwas so Spaßiges war, wie Leute mit Feuerstrahlen niederzustrecken. Klümene lächelte. Siehst du, mein Sohn, ich lebe noch. Das ist nicht wirklich ein Beweis, murmelte Phaeton. Ich will meinen Dad treffen. Ich will die Wahrheit von ihm hören. Klümenes Herz war kurz vorm Zerbrechen. Sie erkannte, dass es Zeit war, ihren Sohn seinen eigenen Weg wählen zu lassen. Aber das wollte sie nicht. Sie wollte ihn in Decken einwickeln und ihn sicher in einer Kiste mit Styroporflocken verstauen. Ach, Phaeton, bitte tu das nicht. Es ist ein gefährlicher Weg zum Palast von Helios. Also weißt du, wo er ist? Sag's mir! Klümene seufzte. Wenn du unbedingt fort musst, geh direkt nach Osten auf den Horizont zu. Am Ende der dritten Nacht erreichst du den Palast der Sonne. Geh nur bei Nacht, nicht am Tag. Weil mein Dad am Tag den Streitwagen durch den Himmel fährt. Er ist nur nachts daheim. Richtig, sagte Klümene. Außerdem ist es tagsüber sehr heiß. Du würdest dehydrieren. Mom! Sei einfach vorsichtig, mein Liebling, und tu nichts Unüberlegtes. Phaeton hatte diese oder ähnliche Warnungen sein ganzes Leben tausendfach gehört. Darum perlten sie einfach an seinem Schutzhelm ab. Danke, Mutter! Er gab ihr zum Abschied einen Kuss. Dann umarmte er jede seiner Schwestern, die heulten, weil er alleine und ohne Reiseimpfungen, Wasserreinigungstabletten oder Stützräder aufbrechen würde. Sobald er außer Sichtweite war, warf Phaeton seinen Schutzhelm weg. Dann begab er sich zum Palast der Sonne, wo ihn mit Sicherheit Berühmtheit und Ehre erwartete. Berühmtheit? Ja. Ehre? Eher nicht. Drei Nächte lang wanderte er vom Nil aus nach Osten. Also, wenn die meisten anderen diese Route nehmen würden, würden sie irgendwann auf das Rote Meer und eine Reihe Luxushotels treffen. Phaeton jedoch, da er der Sohn von Helios war, fand den magischen Palast seines Vaters am Rande des Horizonts, von wo aus Helios jeden Tag seine Fahrt zu den heißen Hühnern, äh, ich meine, seinen ruhmreichen Aufstieg in den Himmel, begann. Phaeton erreichte ihn so gegen drei Uhr in der Früh. Selbst in der tiefen Dunkelheit der Nacht brauchte er eine Sonnenbrille, um vom strahlenden Licht des Palasts nicht geblendet zu werden. Die Brüstungen glänzten wie geschmolzenes Gold. Um die Säulen aus Himmelsbronze, die die Fassade umsäumten, züngelten Flammen. In die silbernen Tore, die von Hephaistos persönlich entworfen worden waren, spiegelten sich Reliefs von sich bewegenden Szenen aus der sterblichen Welt wie Videos. Als Phaeton näher kam, öffneten sich die Tore. Innen befand sich ein Audienzsaal der Größe eines Stadions. Verschiedene, geringere Gottheiten, die Höflinge von Helios, gingen kreuz und quer ihren täglichen Pflichten nach. Die drei Horen, die Göttinnen der Jahreszeiten, schlürften Kaffee und aßen Frühstückstacos. Eine Dame in schimmernden, blaugoldenen Roben, Himera, die Göttin des Tages, unterhielt sich mit einem schönen, geflügelten Mädchen in rosa Gewändern. Phaeton schätzte, das musste Eos sein, die rotgefingerte Göttin des Sonnenaufgangs. Denn sie hatte die rötlichsten Hände, die er je gesehen hatte. Entweder das, oder sie hatte Fingerfarben aus Blut benutzt. In dem Fall wollte es Phaeton gar nicht wissen. In einer anderen Ecke standen einige Jungs in gleichen blauen Overalls mit unterschiedlichen Zeiten auf ihren Rücken gestickt. Zwölf Uhr, Ein Uhr, Vier Uhr und die Worte Wannenputzer. Phaeton nahm an, das waren die Götter der Stunden. Jep, jede einzelne Stunde hatte er einen eigenen, niederen Gott. Könnt ihr euch vorstellen, der Gott von 14 Uhr zu sein? Alle Schüler würden euch hassen. Sie würden ständig sagen, kann es nicht endlich halb vier sein, ich will heim. In der Mitte des Raums saß der Titan Helios auf seinem Thron, der komplett aus Maragden bestand. Nein, er wollte überhaupt nicht protzen. Der Typ hatte wahrscheinlich auch ein Klo aus Diamanten. Man würde jedes Mal blind werden, wenn man spült. Sein purpurnes Gewand betonte seine braune Haut. Ein Kranz aus goldenen Lorbeeren krönte seine dunklen Haare. Sein Lächeln strahlte. Naja, er war eben die Sonne, er machte alles strahlend. Was ein bisschen von seinen gruseligen Augen ablenkte. Seine Pupillen blitzten wie Zündflammen für Industrieöfen. Phaeton, rief er aus. Willkommen, mein Sohn. Mein Sohn. Diese zwei Worte versüßten sein ganzes Leben. Stolz füllte ihn mit Wärme. Oder vielleicht bekam er nur Fieber von dem Thronsaal, in dem der Thermostat auf mindestens 40 Grad stand. Also ist es wahr, fragte er mit dünner Stimme. Ich bin dein Sohn. Natürlich bist du das, sagte Helios. Komm her, lass mich dich ansehen. Phaeton näherte sich dem Thron. Die anderen Götter sammelten sich um sie und flüsterten. Er hat die Nase seines Vaters. Gute Haltung. Staatlicher Bursche. Zu schade, dass seine Augen nicht...